Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten, von und mit André Christen. Und das bin ich. Ich möchte euch heute eine kurze Geschichte bzw. einen Abschnitt aus einer Geschichte vorlesen und euch ein paar Gedanken meinerseits dazugeben. Ich fange jetzt einfach mal an vorzulesen. Jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Zügeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter, zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses Wer die Rute schont, verderbt den Knaben. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, Ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, Meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit einem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen, als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt! Das ist ein Ausschnitt aus der Rede von Astrid Lindgren, der Buchautorin, Kinderbuchautorin, anlässlich der Preisverleihung 1978 für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den sie damals gewonnen hatte. Ich bin sehr gerührt gewesen von der Geschichte, als ich das erste Mal davon erfahren habe. Und es gab in der Kindertageseinrichtung, die ich damals geleitet habe von dem Träger, für alle Kitas dieses Trägers, das sind 30 Kitas ungefähr gewesen zu dem Zeitpunkt, eine Aktion, wo ein Künstler in Steine dieses Niemals Gewalt mit dem Zusatz gegen Kinder eingelasert hat. Und die ganze Rede mit diesem Ausschnitt, den ich gerade auch vorgelesen habe, aufgehangen wurde in den Kitas im Foyer-Bereich und dieser Stein daneben gelegt wurde. Damals habe ich, wie gesagt, zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört. Und viele, viele Jahre später habe ich Astrid Lindgrens Spuren in Schweden selbst aufgesucht. Der ein oder andere weiß das vielleicht, das war im Jahr 2015. Und mich beeindrucken die Geschichten von Astrid Lindgren sehr. Und wenn man sich ein bisschen mit dieser Autorin auseinandersetzt, merkt man schnell, wie intensiv sie sich mit diesen Geschichten beschäftigt hat und woher diese Geschichten stammen. Aber ich will jetzt nicht über Astrid Lindgren sprechen, wobei ich das sehr gerne tun würde. Vielleicht tue ich das ja noch mal ein anderes Mal, sondern mir geht es jetzt noch mal um diese Aussage Niemals Gewalt. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir weniger Gewalt, gerade auch gegen Kinder, aber auch untereinander erfahren und ausüben und uns dieses Themas einfach immer wieder bewusst werden, wie wichtig das ist, friedensvoll miteinander umzugehen. Und das beginnt eben auch im Kleinen, indem ich nicht ständig an irgendwas rumnörgle, sondern versuche eben, das Positive zu sehen im Leben und das Positive in meinem Gegenüber zu sehen. So geht mir das zumindest, wenn ich über dieses Gewaltthema denke. Mir geht es da in erster Linie gar nicht um schreckliche körperliche Gewalt, wie es in dieser Geschichte vorkam oder wie es angedacht war, sondern diese alltägliche Gewalt, der wir immer wieder ausgesetzt sind und vielleicht auch unbewusst, vielleicht aus der eigenen Biografie heraus, auch Gewalt anwenden. Und ich glaube, es ist gut, in dieser Zeit sich auch mit diesem Thema immer wieder auseinanderzusetzen und wie gesagt, sich bewusst zu sein, wie schnell man gerade auch verbale Gewalt anwendet und da sehr aufpassen muss, dass man da nicht in irgendein Fahrwasser reinkommt. Und das möchte ich euch heute einfach mal mitgeben, wieder über dieses Thema oder überhaupt über dieses Thema mal nachzudenken, was vielleicht bei euch im Leben in bestimmten Situationen vorkommt zum Thema Gewalt und wo ihr vielleicht auf andere im wahrsten Sinne des Wortes gewaltig wirkt oder auch wo ihr in solche Situationen kommt, wo ihr das selbst erfahrt. Und ja, da einfach mal hinzuschauen und das Ganze sich ein bisschen bewusster zu machen, auch dafür ist dieser Podcast gedacht, immer wieder mal auf solche Themen aufmerksam zu machen. Das war eine sehr spontane Idee von mir, weil ich gestern in unserer neuen Support-Show diesen Absatz auch sehr spontan vorgelesen habe und wir da im Gespräch waren. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, da mache ich morgen meine Podcast-Folge darüber, weil mir das Thema einfach wichtig ist. Und ich hoffe, du konntest für dich jetzt auch ein bisschen was mitnehmen und dieses Thema für dich vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Und ich freue mich sehr, wenn du mir Rückmeldungen zu dem Thema gibst, zu meinem Podcast von heute, zu diesem Thema Niemals Gewalt. Du findest sämtliche Kontaktmöglichkeiten bei mir in den Shownotes und ich freue mich einfach über deine Kontaktaufnahme und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag Irgendwo Anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.